Alles klar, wir müssen uns jetzt richtig hier konzentrieren, wir müssen zu Zuhu hingehen, irgendwas ist da passiert. Ey, wenn ihr Arme irgendein Haar krümen solltet, ich werd richtig ausgerufen. Oh, du kommst hier gar nicht raus, Digga, was willst du eigentlich? Wenn ich dir ne Nuss gebe, dann tanzt du für mich, oder? Ihr befeiert mich, ihr beleidigt mich. Ja? Ja, Subi. Oh, ist weg! Das ist euer Problem. Du bist mein Problem. Bro, hast du in Mathe ne 6, kannst du nicht 10, du bist alleine und wir zu 5. Moin, YouTube, was geht? Euer Lieblingsjunkiro ist wieder am Start und irgendwas Krasses ist heute geplant, denn Timmy holt uns gleich ab, hat uns Bescheid gesagt. Was wird hier nur passieren, Leute? We're so home stays, Alter, stays. Junge. Jungs, was geht jetzt ab? Wir müssen auf Timmy warten, der will uns abholen oder so. Ey, Timmy! Was ist los, was ist los? Alles klar, wir müssen uns jetzt richtig hier konzentrieren, wir müssen zu Zuhu hingehen. Irgendwas ist da passiert. Aber wo ist Zuhu? Sagt Lofti, wir müssen alle zum Unheil 1. Wir gehen jetzt alle zum Unheil 1. Ich will gucken, was da passiert ist. Anscheinend, wo das Zuhu erledigt ist und das kann nicht sein, Alter. Okay, let's go. Wir holen seinen Kopf. Wir haben da seinen Kopf. Wir holen seinen Kopf. Ich bin mega gespannt, Alter, was ist da jetzt passiert? Ey, wir marschieren da jetzt gerade zu 5. rein, Alter, in das erste Unheil. Er ist jetzt, Jungs! Arschwummel! Ja, macht eine Arschwummel runter. Los, rein geht's! Ja! Alter! Nice! Ey, was ist denn jetzt hier passiert? Was gibt's hier für Stress, Alter? Ey, was ist das? Ah, Zuhu ist da oben! Ein Lauchbruder ist eingesperrt! Ja! Euer Ernst, oder? Alter! Euer Ernst! So, Jungs, mein Kopf explodiert gleich bei eurem Rumgeheule hier, rumgenervt. Was laberst du, Alter? Du hast eine ziemlich große Klappe dafür, dass du hier drin eingesperrt bist, Hobi. Ja, okay, Jungs, ich bin eingesperrt, aber ihr kriegt meine Items trotzdem nicht. Was habt ihr davon? Nichts. Du bist ein kleiner Vogel im Käfig, schnick's weiter. Ey, ich will deine Items gar nicht, die stinken, Alter. Unfäre Sachen machen, das geht nicht. Was für unfäre Sachen, Timmy, lass mich doch einfach bitte hier wieder raus. Nein, ich wette ich nicht, Junge, das kannst du vergessen, ey. Wir sind der Alpha-Höllenkrieger, Alter. Ja! Huga, 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 Huga. Ich guck, wie runtergeschwommen, guck mal, Junge. Ey, Schu, was geht, Mann? Wo ist denn Armin? Ich hab gesehen, der hat sich erledigt. Ja, richtig. Ey, wenn die Arme irgendein Haar krümen sollten, ich werd richtig ausradiert. Ey, du kommst hier gar nicht raus, Digga, was willst du eigentlich? Lass doch die gute Armin und alle anderen, die meine Freunde sind aus dem Spiel, der Alpha-Klan riecht sich so auf. Was wollt ihr einfach von mir? Oh, ey, krass, mach mir doch Schaden, komm, komm, mach mir Schaden, Alter. Hey, Jungs, Jungs, jetzt warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir sind gerade hergeflogen. Ja. Wir haben keinen gesehen, der rausgeflogen ist. Das stimmt, also muss er sein. Armin hat sich hier irgendwo versteckt, Alter. Schaut nach Armin. Ey, Schu, wo hat sich Armin versteckt? Komm, sag. Leute, ich geh... Sprich! Nein, Armin hat versucht, dich rauszuholen. Wieso rege ich mich überhaupt auf? Ich kann eh nichts machen. Ja, richtig, weil du ein Loser bist. Jetzt suchen wir jetzt Armin. Armin, wo bist du? Du bist ein kleiner Lauchbruder, deswegen kannst du nichts machen. Ja, Schu, komm. Lauchbruder, Lauchbruder, Lauchbruder. Hey, was ist hier? Wo ist Armin, wo ist Armin? Nee, aber das ist ein... Ey, Schu, verrat mir, wo Armin ist. Bin ich eure Attraktion, oder was? Ja, Alter, du bist wie ein Äffchen im Käfig, Junge. Komm, wenn ich dir eine Nuss gebe, dann tanzt du für mich, oder? Alle, die nicht so Alpha-Clan sind, haut bitte ab. Es ist zu gefährlich hier. Pishter, pass auf. Oh, er zittert. Er zittert. Die wollen eure Items. Oh, er zittert, Alter. Guck mal, hör, 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 hör. Wir wollen ein Kopf. Ey, wo greifen die an, Junge? Ach, Armin! Armin! Alter, was stippelt ihr nicht? Pishter, geh mal weg von hier! Geh mal weg, Pishter! Alter, oh, Pishter, oh, tut sie mit. Was labert der? Was hört der für Psychosen, Digga? Was ist denn das für komische Tröne, Digga? Ey, dann ist es nicht, Alter. Ich fühle mich wie so ein Moderator hier drinne. Wer schießt da oben, Alter? Was macht ihr hier? Alter, Armin! Armin! Ja, Armin! Wir sehen uns doch, Alter. Ich küsse eure Augen. Nein! Pishter is going to get the field! Ja! I got that feeling! Let's go, Bro! Alter, Tierney, was geht's hier? Was geht ab? Oh mein Gott, hier sind die viele Leute. Digga, der dreht voll durch, Alter. Was ist mit dem los? Was schweißt du? Ja, weil ich verrückt geworden bin, Junge! Digga, was für verrückt, Alter. Du bist ein Lauchbruder, Junge! Ich war schon immer verrückt, Junge! Ja, richtig. Ja, du warst schon immer verrückt, genau, Eiferscheidchen. Ich weiß, wie ich rauskomme. Ein lauriger Lauchbruder bist du. Was? Was macht der da? Ey, Stace! Ey, da oben ist der Rest! Wer ist denn da jetzt? Die schießen von da oben! Wir müssen uns hier oben stappen! Los, Leute! Alle nach oben! Ja, ja, oh, 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 oh! Diese Auti wieder ab, ey! Kommt doch her jetzt! Ja, komm, komm, komm! Ja, lass kämpfen, komm! Ja, das gefällt dir doch, hä? Oh, Junge, Amir! Komm, Angriff, Angriff, Angriff! Ja, ja, komm! Komm, wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Ja, 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 der ist low, der ist low, der ist low! Ja, ja, das ist... Bro, das ist Amir! Das ist Amir, ja, der Toilettenkrieger! Ja! Ja! Ja, sein erst toter Korro ab, Digga! Ja, flieg, flieg! Du kleine Fliege, Alter! Dreckige Spalzfliege, Junge! Ja, da kann gar nichts, Alter! So ein Noob, Junge! Echt so, Alter! Ich brauche unbedingt einen Pfeil noch, warte! Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Oh, oh, da kommt der Nächste! Da kommt der Nächste! Ich hab ihn! Geht das? Ja, ja, komm, 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 komm! Es wieder Amir, Digga! Das hast du noch nicht genug, oder was? Hit, hit, hit! Hit! Komm, Alter! Mach die Fliege so, wie gerade eben, Junge! Hit, 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 hit! Ja, komm! Hau ab, Alter! Let's go! Hinterher! Hinterher, Alter! Willst du eine Rüstung niemals wieder haben, Digga? Oh, oh, er haut ab, er haut ab, er haut ab! Oh! Digga, das ist ein bisschen spannend. Okay, Mann. Niemann! Ey, Tzu, dein Freund Amir ist abgehauen! Tzu, deine Freunde lassen dich in den Stich, du Loser! Niemann wird dich befreien! Ja, keiner mag dich, Alter! Niemann, ihr weg jetzt! Was willst du eigentlich vorab, Junge? Jetzt ist es so zu Timmy geführt. Timm, lass uns ganz kurz nochmal reden miteinander. Was für reden? Amir wollen reden, ja? Jetzt, wo du siehst, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Willst du reden, ja? Ja! Guck mal, Timm, was soll ich denn machen, dass ich hier rauskomme? Gar nix! Gar nix! Ich will, dass du so lange eingesperrt bist, wie ich eingesperrt war! Richtig! So lange, wie ich dich auf die YouTuber-Insel durfte, Alter! Richtig, Alter! Das ist nämlich die Rache dafür! Bro, das ist mir egal! Ihr wart alle... Das ist mir egal, ob ihr habt mich schritten oder nicht! Es wird niemals hier rausgelassen! Ey, Pistar, du verrät da auch ab hier, Alter! Sich ab, Junge! Deswegen, du wirst hier weiter drinbleiben! Timmy, morgen ist schon das Live-Event. Ich muss hier rauskommen, bitte! Oh, das Live-Event! Ich darf das Live-Event nicht verpassen! Ja, weißt du was? Der Alpha-Clan und natürlich die Höllenkrieger werden das Live-Event retten für dich. Kein Problem! Und nicht alles sabotieren, so wie du, Junge! Verstehst du? Aber genau das verhindert doch der böse Admin, der eigentlich gar nicht böse ist. Er versucht doch, uns die ganze Zeit zusammenzubringen, dass wir eine Chance haben, das letzte Unheil zu passen. Ja, siehst du das nicht? Aber um mich herum sind 20 Leute und die halten alle zusammen! Richtig! Ja, es ist so! Ja, es ist so! Ey, Stu, du wirst hier von dem Käfig aus zuschauen können, Alter! Ich kann dir ein Tablet durchschieben, ich mach dir Livestream, wie wir das Event spielen, Digga, ohne dich! Ich kann ja einen riesen Ausblick haben! Pikachu, zieh dich bitte zurück! Ja, lass deine Freunde in Stich! Ich hab dein Piszta geholt! Ja, Piszta ist schon mal gekillt worden! Statt durch Piszta! Ich hab kein Piszta! Das ist so durcheinander! Wo ist sein... Seine Sachen nennen rum! Weg mit dir, Alter! Wo ist sein Kopf, Alter? Hier oben! Wo ist sein Kopf? Oh, bin ich auf dem Ding trefft! Kashi, zieh dich bitte zurück! Es ist zu... Komm herz dich, Nashi! Oh, Tüte! Der stärkste Krieger, ja, ja! Ey, warte, da hat jemand einen Pissen! Ich will seinen Kopf! Ich will seinen Kopf, Mann! Kopf, 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 Kopf! Macht eh keinen Sinn mehr! Alles gefällt mir, ey! Ja, es ist gut! Wir haben für immer das Jugu-Schein-Mann! Ein Piszta! Wir alle Krieger haben gewonnen! Jawoll! Ey, er hat sich ausgelockt! Ja, Mann! Er gibt auf! Oh mein Gott, du hast wirklich ausgelockt? Nein! Er hat sich ausgelockt, Bro! Er ist einfach gegangen! Bro, no way! Er hat einfach Rage-Quid gemacht, Digga! Oh mein Gott, Bro! Was? Ja, Bro, was war das für ein Easy-Win-Seichen? Wir haben gewonnen! Alpha Club! Alpha Club! Alpha Club! Leute, alle Alpha Club und Höllenkrieger, lasst uns mal zu einem Steinchen in dein Haus gehen! Ja, okay! Reden, wisst ihr das? Alter, das ist ja unnummern, krass! Wir sind die Besten! Ja, Mann! Ey, Bro, hier haben wir fertig, wir sind unnummern, krass! Ja, echt so! Ich bin richtig stolz auf euch! Alter, wir werden die stärkste Höllenkrieger-Mann! Da ist jemand, da ist jemand! Ey, Pisch da! Wer ist da Pisch da? Wer ist der andere? Wer ist da noch? Oder rett doch jemand hin! Wer ist da noch? Ja! Das ist doch alles für die Tasi! Nee, egal! Zyu ist sowieso weg! Ich geh jetzt! Ja, was will sie denn? Zyu ist gar nicht mehr hier! Hau auf die Tasi, Junge! Zyu hat aufgegeben, Alter! Zisch ab, Junge! Ich geh niemals! Äh, der ist ja wieder da! Das werden wir, wer du aufgibst oder nicht, ey! Du hast keine Chance, Junge! Mein Kopf explodiert, ich kann das nicht! Kommt alle auf Zyu, alle auf Zyu! Dein Kopf explodiert von deiner ganzen Dummheit! Ja! Ja, ich sehe! Ich bin schon so zufrieden, Junge! Ich hab' mir gemerkt! Hast du gut gemacht! Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Kannst du auf einem Bein hüpfen und uh 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 sagen? Komm, mach, mach! Mein kleines Äffchen, Syu! Uh 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 uh! Oh, er wird uns fertig machen, Leute! Es wird keine Möglichkeit geben. Bro, du hast uns die ganze Zeit so behandelt! Richtig! Als ob ich jemanden so gedemütigt habe! Was erzählst du da? Das hätte ich niemals gemacht! Okay, okay, Leute, Leute, Leute! Was ist schlimmer? Jemanden nicht auf ein Projekt draufzulassen oder jemanden einzusperren. Was ist schlimmer, Alter? Auf das Projekt nicht lassen, natürlich, Alter. Wie ehrenlos. Ich konnte nicht mit euch reden, Alter. Das geht nicht. Du hast einfach dein Hobie verbannt. Nein, Bro, das geht nicht. Das weiß er auch. Nein, das weiß ich nicht. Und ich sage dir ehrlich, meine Leute, das sind gute Leute, die du die ganze Zeit runter machst, Alter. Du versuchst uns zu entzweien, aber das wird nicht funktionieren, ey. So. Guckt euch diesen armen Jungen da unten an. Er hat nichts mehr. Er wollte nicht mehr reden, aber jetzt hat er nichts mehr. Ja, ein Loser ist das. Er ist ja auch ein Verräter. Er ist ein kleiner Verräter, er hat nichts anderes verdient. Ist so, der hat das 50 Mal verraten, ey. Komm, hau ab, Alter. Zieh Leine. Boah, krass. Ich will gar nicht mehr mit euch reden. Lass mich einfach in Ruhe. Ja, lock dich doch wieder aus. Kaumige Möglichkeiten. Ja, hau doch ab, Alter. Die Insel kann auch ohne dich gut leben. Oh, nee. Juhu, kannst du ihm vielleicht einen Dreizack geben? Das wäre richtig nett von dir. Ja, ehrlich. Wir lassen dich dann auch raus. Ja, das wäre voll gut, ey. Der Dreizack kam? Ja, ehrlich, einen Dreizack. Weißt du was, du bekommst einen Knochen, weil du ein Hund bist. Wow, Alter. Wow, Junge. Leute, die Strafe für Sju hat sich verdoppelt. Ja, richtig. Gib mir deine Hose. Vielleicht müsst ihr bald Besuch kommen, Sju. Wer weiß. Vielleicht kommt da ja noch jemand rein. Vielleicht Kian, Junge. Ja, vielleicht Kian. Vielleicht aber auch Pista oder so. Ich habe vielleicht diesen blöden Fehler gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass du Bedrock hast. Niemand anderes wird den gleichen Fehler noch einmal machen. Weil jetzt jeder weiß, dass du irgendwelche komischen Aktionen machst mit deinem Alpha-Clan. Alpha-Clan, vergiss mal den Alpha-Clan, Junge. Den wird es in ein paar Tagen nicht mehr geben. Es wird doch die Hölkirche geben. Hellen-Krieger, Hellen-Krieger. Ja. Hau, Junge. Deine Chance hast du, Junge. Ich kann euch einfach was sagen, Leute. Ich habe meine Sachen wieder. Und Sju, ich werde ihn irgendwann retten. Junge, Alter, babbel nicht so viel, Junge. Hau ab. Was wieder? Bro, der hat doch keine Chance. So ein Loser. Er kommt her, macht große Ansagen und haut ab. Das sind deine Freunde, Alter. Bro, was hast du mit dir für Freunde, ey? Ich dachte, du hast so heftige Freunde, so mächtige Leute. Ja. Einen Admin und so. Wo sind die denn alle? Wo ist denn Tobi? Tobi, hallo, wo bist du? Siehst du? Du bist allein. Dein Plan nicht. Ich habe die Schnauze voll. Ihr provokiert mich, ihr beleidigt mich. Wirklich, danke. Dann drück auf. Oh, ist weg! Ja! Ich glaube, diesmal für immer. Lässt weg! Alles bleibt raus! Alles bleibt raus! Let's go! Und wir gehen. Tschüss! Wir haben Sju einfach dazu gebracht, dass er sich ausgelockt hat. So ein Loser. Sju hat sich ausgelockt für immer, Alter! Ja, Mann! Der wird morgen nicht beim Livestream dabei sein, Alter. Der wird das Event einfach verpassen, weil er ein Loser ist. Junge, wir sind einfach Sieger-Team! 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 Hellen-Krieger! 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 Ja! Junge, hier kommt überall Lava hinhalb jetzt, Alter! Oh, ja, Mann! Wirklich? Nein, aber wir werden uns auf jeden Fall ein richtig krasses Haus bauen, Alter. Okay, ich jetzt. Da kannst du sicher sein. Leute, ich habe noch eine Idee. Was denn? Wer ist eigentlich eine Person, der Sju richtig wichtig ist? Das müsste doch sein Bruder sein, Kianus, oder? Ja, eigentlich schon, das ist nämlich sein Lauch-Bruder. Okay. Ja, sollen wir dem mal einen Besuch abstatten, gucken, was da abgeht? Ja, wo ist er? Vielleicht in seiner Burg? Ja, will ich machen. Vielleicht in seiner Base, Junge. Wo ist eigentlich Lofti, ey? Ja, wo steckt der Mann? Der Glatzkopf. Kann mal jemand Lofti privat anschreiben und hier Dings sagen, er soll zur Kianus Base kommen? Ich mache das hier. Lofti. Sehr gut, Ehrenmann, Junge. Ehrenmann, Junge. So, ich habe ihn geschrieben, Alter. Okay, let's go zur Kianus Base, los. Let's go, let's go. Wir machen die Lauch-Brüder platt. Oh, er kommt, er kommt, er kommt. Hä? Was will er jetzt? Ah, Kianus. Ey, fresh hier unten. Ja, Alter, du stinkst nicht mal mehr so. Was ist hier? Was ist euer Problem? Du bist mein Problem. Wir wollten dich schon fragen, wie es dir geht und so. Und ob du deinen Bruder gesehen hast. Ich wollte eh mit dir reden, Timmy. Ach, du wolltest mit dir reden? Nein, erzähl mal, was wolltest du denn reden, hä? Komm, komm erst mal hier auf die Brücke, dass wir auf einem Level stehen, Digga. Ja, ich bin bodenständig. Ich gehe auf den Boden, Junge. Ja, richtig. Ja, ja, ja. Warum hast du meinen Bruder gefangen genommen? Ach, warum ich deinen Bruder gefangen habe? Willst du das auch wüssten? Wer war denn die ganze Zeit nicht auf der YouTuber-Insel, hä? Wer wurde denn weggesperrt? Und weißt du was? Jetzt weiß er mal, wie es sich anfühlt, nicht da zu sein und ein Teil zu sein von etwas Großzum. Verstehst du? Ja! Du verstehst das wahrscheinlich nicht. Warum soll ich das nicht verstehen? Ganz ehrlich, du weißt schon, dass das mein Bruder ist und ich mit aller Macht versuche, ihn zu befreien. Und euch kleinen Losern seinen Arme. Fehlst du, Loser, Mann! Fehlst du, Loser, Junge! Ich höre, ihr macht so einen Fehler, ihr macht so einen großen Fehler, ihr wisst gar nicht, ihr wisst gar nicht, was ich da war. Ey, labber mich nicht voll hier. Ah, du bist so umzwingend, die Leute, ich nehme mich auch da. Lauf die, Mann! Okay, okay, okay. Ich sage mal, eine Sache, eine Sache. Ich gebe euch jetzt die letzte Chance, wegzugehen. Ey, warte! Bro, Alter, was wollt ihr jetzt schon wieder hier? Bro, du willst fünf gegen zwei und du willst, dass wir weggehen? Nein, ich sage euch ehrlich, Hüscher, Zitashi, geht mal fünf Meter zurück. Ja, was denkt der, wer er ist, Alter? Du bist ein Lauchbruder, Junge! Ich will komplett alleine gegen euch kämpfen. Okay. Was? Alter! Ey, wirf mal ein Toto rüber. Ey, du bist genauso verrückt wie dein Lauchbruder, Su, der dreht nämlich auch schon durch. Bro, er ist Lebensmühle. Digga, was denkt eigentlich, wer er ist, Digga? Leute, er denkt, er hat irgendeinen Zauberstab und kann damit irgendwas machen oder so. Bro, hast du in Mathe eine sechs, kannst du nicht zählen? Du bist alleine und wir zu fünf. Ja! Was? Hä? Er cheater, Digga! Was ist das? Er hackt einfach! Los, geh vor, kämpf gegen ihn! Los, geh, 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 geh! Digga, er hackt einfach, Bro, er hackt! Okay, 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 okay. Entweder ihr befreit Suits oder ich mach euch alle fertig und ich mein's selber. Ey, Leute, Leute, warte mal kurz, warte mal kurz, geh auf deine Seite, ja? Leute, das ist nur eins, zwei, drei, vier, fünf, okay? Wer hat alles noch ein Totem? Ich hab noch eins. Ich hab kein Spektrum. Okay, ich hab noch ein Totem hier. Teilt das mal auf. Wir werden einen kurzen Plan machen, pass auf, wir müssen jetzt leise regen, ja? Wir gehen ein bisschen weiter zurück. Sieg, 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 Sieg. Sieg, dann hören die uns nicht, dann hören die uns nicht, dann hören die uns nicht. Pass auf, ja, ist nix nicht. Komm, ich werde es jetzt so machen, dass wir sagen, ey, einer soll angreifen, okay? Dann, ähm, weil der hat ja so anscheinend, hat der One-Hit gemacht? Digga, der hat ein Hackerschwert, der hat ein Hackerschwert. Okay, pass auf, wir machen das so. Er wird schlagen und dann werden fünf Leute, ich auch, auf ihn draufhauen. Und dann wird er sein Schwert verlieren, okay? Alter, Bro, geil, das wird er nicht schaffen, das geht gut. Das wird er nicht schaffen, aber wer opfert sich, wer opfert sich? Ich, 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 ich. Ich hab noch die Bogen, ich kann ja von der Ferne ein bisschen weiter machen. Ja, ich, ich mach auch mit Bogen, ich mach auch mit Bogen. Und so weit er, so weit er geschlagen hat, drauf, drauf. Okay, guck, guck. Ja, okay, komm, wir machen mit Bogen, Jull. Ja, wir machen mit Bogen, Alter. Warte, ich muss essen, goldene, goldene Dings essen. Hast du was zu bauen? Das kriegen wir noch gar nicht. Bro, hast du was zu bauen? Bro, was ist das? Komm, 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 komm. Ich mach hier so ein bisschen Bogenschützen-Turm hier. Ey, ich sag euch ehrlich, ich will auch dieses Schwert haben. Ja, komm, woher, woher, woher. Ja, ich hol, ich hol uns das. Ja? Warte, ich mach hier links. Wenn du das holst, ey, du bist meine zweite rechte Hand, so wie Kiro. Okay, okay. Ey, Julli, ist verdächtig, weil du bist, Junge. Ey! Julli, er greift einfach an! Okay! Auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf ihn! Auf ihn! Auf ihn! Er hat er angegriffen! Los! Auf ihn! Auf ihn! Auf ihn! Digga, was glaubt ihr, wer er ist? Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 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 okay. Zurück, 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 zurück. Okay, okay, okay. Wasser, 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 Wasser. Nein, ey, das, was ist hier? Mein Wasser ist weg! Wo ist mein Wasser hin? Okay, 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 okay. Du bist heftig. Du bist heftig hier, Alter. Ey, tschi, 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 Junge! Mit deinem Hackerschwert, Alter! Ich hab's verdient. Was machst du denn? Mein komisches Hackerschwert, Alter, was ist das? Ey, das ist so fair! Das ist so fair! Ich hab's verdient! Nein! Ey, du kannst nur hacken, Alter! Excalibur! Was ist das? Der nächste! Der nächste! Der nächste! Wir werden seine Sachen nicht nehmen, wir werden seine Sachen nicht nehmen, die sind nicht wie ihr. Alles gut, alles gut! Aber bau die Scheiße jetzt sofort ab, Digger, bevor ich ihn nicht durchdrehe! Digger, bau das selber ab, Alter, du. Braute das ab, braute das ab, braute das ab. Ich bin sicher. so lasst nur wie seine sachen wiederholen holst du es gerne sind ich bin hier aufmerksamkeit du hast ja eine tapferen krieger von mir erledigt aber eine sache muss noch ändern gerade für diese aktien das war mir sehr wichtig was hat der für ein hacker schwert alter wo ich will dass du ja auch hier reicht jetzt alte reichte jungs ruhig ruhig ja wir machen nichts mehr du hast du hast du hast was heftiges ich weiß nicht was das ist was du in der hand hast wer dir das gegeben hat woher du das auch immer haben solltest keine ahnung aber das ist krass das ist das ist das zieht mich irgendwie an also ich mag das kern ist ehrlich du bist du bist einer irgendwie auch ein bisschen von uns ich feiere das auch wenn du es nicht nah haben willst aber du feierst es gerade auch diese macht zu haben da kannst du mir nicht widersprechen es fühlt dich gut an ich will einfach nur meinen bruder retten und du bist jetzt der nächste wenn du mein bruder nicht redet ist dann bin ich was geht hier ab alter war alles woher hat der das schwert man es wird schwierig mich zu besiegen weil ich hatten totem und ich habe viele buffs okay du weißt selber das ist ein kampf der titeln pass auf ich werde ich will dir was anbieten okay im namen der höllen krieger spreche ich für alle weil sowas haben wir noch nicht gesehen wir werden freilassen ich werde freilassen weil ich habe den schlüsse dazu im gegenzug aber möchte ich deine krasse waffe haben und wir werden ab jetzt einen waffenstillstand haben danach okay und ich werde das excalibur eventuell dafür einsetzen dass das unheil das nächste die insel nicht zerstören wird darauf gehe ich dir meine hand werde ich nicht rein fein mal auf so was falle ich nicht rein dass er du bist doch ein bruder retten bro bro dein bruder dein bruder oder für immer krieg was möchtest du haben du ich kann jetzt sofort dein bruder frei holen dann kannst du mit dem wieder kaffee grenzen machen dann könnte hier oben zurück zurück wir haben nicht mehr viele totems das ist langsam kein spaß mehr ehrlich jetzt überleg dir das ich gebe dir auch bedenkzeit ich will dir nicht wehtun und du willst mir auch nicht wehtun ich weiß dass du eine gute seele hast ich habe auch irgendwo eine gute seele ich will einfach so dass mein bruder frei kommt mehr wenn ich hier und ich will einfach nur mächtig sein nutzt um irgendeinem zu schaden hätte ich ja ihr habt mich doch angegriffen ihr seid doch hergekommen aber wo hast du das schwert her kannst du das beantworten ich sag euch ehrlich bin ich schwöre auf alles ich bin so sauer gerade wenn ich jetzt weiter anlüge und hier auch ein nein 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 jungs wir lügen ich ja das nicht an nein 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 guck mal guck mal wir können ja bisher auf vertrauensbasis wo hast du das schwert her kannst du das beantworten das schwert hat mich gefunden ich war dabei er sagt die wahrheit aber so ein loser hat er gefunden wenn er hört doch aus was zu sagen du bist du bist du reißt dich doch jetzt endlich zusammen ich mache dir nicht wütend alter bist du jetzt ja was machst du da bist du die seisten wechseln oder was nein ich stehe hier einfach nur damit hier das konflikt jetzt nicht hier auseinanderartet ich habe den angebot gegeben ich kann's you freimachen für dich ja ich meine er war jetzt da lange drin und so er stinkt da mittlerweile auch nach richtiger kacke und so ist nicht schön weißt du und ich will auch nicht sauber machen er soll rauskommen er soll wieder zu dir zu deiner familie aber im gegenzug kriege ich das schwert und alles ist gut alles ist gut das war was vielleicht mag das steht vielleicht im band vom schwert alter du musst es timmy geben timmy weiß wie man damit umgeht an deinem bruder frei lachen wenn ich dir das wenn ich dir das schwert gebe versprichst du mir auf deine ehre auf alles was es gibt hier dass du mein bruder frei ist und er stoppt und er ganz normal wieder auf der youtuber insel sein darf merkt ihr eine sache ein höhen krieger wird immer sein wort halten und nicht Jaaaaaaah! Höhlenkrieger, Höhlenkrieger, Höhlenkrieger! Höhlenkrieger, Höhlenkrieger! Höhlenkrieger! Was sagst du? Ey, Fisch da! Übertreib mal deine Lage jetzt nicht! Fisch da! Ich weiß, du magst gerne Verritter sein, aber tschül bisher, ja? Guck mal, morgen ist Tag des letzten Unheils, richtig? Ja, korrekt. Ja, das ist korrekt. Damit ich zu 100% dein Wort habe, ich werde bis morgen überlegen und wenn ich mich dazu entscheide, will ich das, dass wir das im Livestream zusammen machen, weil ich nicht will, dass du mich anlügst und dass die ganzen... Wir haben Zeugen, wir haben Zeugen dann. Dass die ganze Community, die ganzen anderen Menschen Zeuge davon sind und du wirklich dein Wort hältst, dann bin ich dabei, dann können wir das bringen. Aber jetzt werde ich das Schwert nicht auständigen und eine Sache sage ich dir. Wer das Schwert sucht, sucht, wird es nicht finden. Merkt ihr diese Worte? Ich such das Schwert nicht. Das Schwert hat ja mich gerade gefunden. Du bist auf den Licht zugekommen. Ich sag's mal so, ich bin wahrscheinlich auch würdig. Ich hab dich jetzt davor gewarnt. Wer das Schwert suchen möchte, um Macht zu erlangen oder es für solche Taten, wie du es halt auch machst, einsetzen möchte... Mach ich denn, ich brauch für Gerechtigkeit. Hör auf, du willst zu nicken, Junge, du Verräter. Ich habe dich gewarnt. Eine Sache sage ich dir noch, das Schwert hat eine eigene Seele. Ja, du wirst es merken. Du wirst es merken, vertrau mir einfach. Das Schwert hat, glaube ich, deine Sicht ein bisschen benebelst. Nein, 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 das kann schon sein, dass der wahr ist. Das Schwert hat meine Sicht benebelt oder es macht auch die gleich einen richtig brutalen Hotlink, mein Freund. Ja, chill, chill, chill. Überleg dir das ganz genau. Oh, wie geht die Schwer, Kratzer? Wieso? Ich hab Hunger. Ich weiß gar nicht, warum wir noch so übertrieben frisch sein, wenn ihr wisst, dass ihr euch jetzt alle kaputt haben könnt. Nein, 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 nein. Leute, wir müssen lütendig runterkommen. Wir haben zwar zu, ja, Leute. Ja, alles gut, alles gut. Ihr habt gerade gesehen, dass ich euch easy fertig machen kann. Wie könnt ihr überhaupt noch... Das war Glück, das war Glück. Guck mal, ey. Jetzt hat er mich gekillt, Digga. Und so einer hat einfach die Macht von diesen Excalibur, oder wie das Schwert heißt. Was hat das eigentlich? Schärfe 255, Alter. Natürlich hat er das von Tobi oder so, Junge. Er hat einfach so ein Hackerschwert bekommen, Digga. Ich hole mal die Sachen wieder, dann gehe ich wieder. Ja, nimm deine Sachen einfach und gehe. Und morgen gibt's eine Übergabe. Ja, wirklich? Tiere, du hast zwei Gold dafür bekommen. Oh, Kuss, Alter. Ja, aber die sind von Dings von Tjanus. Ich hab die euch weitergegeben. Ah, dann willst du die nicht haben. Hier, die kriegst du wieder. Nein, nimm die, alles gut. Ich bin meine zwei wieder, Junge. Ich hab die aus dem Jog aufgeschmissen. Leute, alles gut. Leute, ihr habt gesehen, das Schwert ist heftig, Bro. Er hat gesehen, das ist krass. Der hat jeden One-It gemacht. Er hätte sogar fast mich erledigt. Hätte ich nicht debufft, sage ich euch ehrlich, Leute. Das musst du unbedingt bekommen, Alter. Bro, er hat mir, ungelogen, ich hab ja, weiß nicht wie viel, 20 Hertz oder so. Ich hatte nur noch fünf Herzen. Was? Das ist schon krass, sage ich dir ehrlich. Und ich sage euch ehrlich, wenn wir das Schwert haben sollten, dann wird hier ein ganz anderer Wind wehen. Dann geht's hier gar nicht mehr so, wieder Lou und verhandeln, hier und verhandeln, da. Dann wird in jedem Haus ein Alpha-Banner und ein Hölkern. Ja! Und jede Woche müssen die Einstack Emerald als Schutzgeld zahlen, Alter. Ja, Mann, Alter. Ja, weil sonst kommen wir mit dem Schwert. Bam, tot, Alter. Bam, tot, Jogel. Jeder YouTuber auf der YouTuber-Insel wird den Namen Alpha- und Höllenkrieger tragen eines Tages. Ja, richtig. Und dann wird's überall auf der ganzen Insel Lava geben, Alter. Das wird richtig gut aussehen. Bro, wir werden einfach die Feuernation von Argen, Alter. So ein Ding wird das sein. Richtig. Jölkrieger werden die krassesten. Ja, Mann. Okay, ich ziehe jetzt durch, Alter. Wir hören uns, Alter. Wir hören uns. Okay, morgen wird das richtig heftig im Livestream. Das darf man auf keinen Fall verpassen, das 0. und letzte Runde. Das darf man auf keinen Fall verpassen, das darf man auf keinen Fall verpassen, das darf man auf keinen Fall verpassen.